Vor drei Wochen kam endlich die Academy raus, auf die ihr als meine Zuschauer teilweise schon seit zwei Jahren wartet. Heute darf ich euch ein paar Hintergründe zur Entwicklung der App geben. Sie ist zwar noch nicht öffentlich, aber ab heute starten wir in eine Closed Beta mit der App und ihr könnt euch über die Website bewerben, also die Bootstrap.academy. Dann schicke ich euch die Beta-App zum Testen. Aktuell aber nur für Android und auch nur für ein paar wenige Leute. Ich werde das nach und nach erhöhen. Schreibt mir dazu einfach eine Anfrage über das Icon unten rechts. Aber Morpheus, warum eine App, fragt ihr vielleicht. Das klären wir heute. An der Stelle, dieses Video wird unterstützt von Fiverr und das nicht ohne Grund. Ihr erfahrt mehr über sie während des gesamten Videos. Wie viele von euch sehen dieses Video gerade in der YouTube-App? Wie viele von euch sehen es auf dem Fernseher und wie viele am PC? Bei diesem Kanal sind die Zahlen dafür ziemlich ungewöhnlich. 62% haben sich im vergangenen Jahr meine Videos auf dem PC angesehen. Doch immerhin 31% auf einem mobilen Gerät mit der App. Das ist ein Drittel und das ist verhältnismäßig wenig. Auf meinem Kanal The Morpheus, wo ich eher normale YouTube-Videos mache, wie jeder YouTuber eigentlich, ist die Anzahl der mobilen Zuschauer vergleichbar mit den Zuschauerzahlen auf dem Computer. Bei über 42%. Und auch insgesamt spricht die Zahl für mobile Nutzer für sich. Mobile Geräte haben in 2022 60,66% aller Website-Traffics ausgemacht. Wir können also festhalten, es wird insgesamt mehr Zeit am Handy verbracht und es gibt immer mehr Menschen, die gar keinen PC besitzen oder aber diesen nur sehr selten nutzen. Ihr seid da eher wohl die Ausnahme. Und das macht ja auch Sinn. Wir sind viel unterwegs. Wir ziehen uns mal schnell ein Video beim Kacken rein oder sind einfach zu faul und deswegen auf der Couch statt, im Wohnzimmer am ohnehin viel zu langsamen PC. Doch eine Spezies hörte nicht auf, den Hochkant-Videos Widerstand zu leisten. Erbittert kämpften die Informatiker mit ihrem 3-Bildschirm-Setup gegen die wachsende Gefahr der mobilen Nutzer. Ein Spaß, so schlimm ist es natürlich nicht. Und doch habe ich bei der Entwicklung der Academy und natürlich auch der App an euch gedacht. Klar, es gibt die Informatiker, die wie ich mit vier Screens hier sitzen, den Desktop-Rechner immer einem mobilen Gerät vorziehen würden und genau für euch ist die Desktop-Website gemacht. Aber doch gibt es vielleicht Leute, zumindest wird das in den Nachrichten und Kommentaren immer wieder deutlich. Es gibt einige, die das nicht haben und da dachte ich mir, mit einer App könnt ihr gleichzeitig auf einem anderen Bildschirm die Videos schauen und die Academy zum Coden benutzen. Ja, und so habe ich mich entschlossen, dass wir eine App brauchen. Das große Problem, unsere Kapazitäten waren mehr als erschöpft. Mein Fokus war die Erstellung der Inhalte, des Konzepts und der Features, die Entwicklung der Skill-Trees. Das Rechtliches musste geklärt werden, Kurse zuordnen, Partner finden und noch wahnsinnig viel mehr, was ich hier nicht aufzählen muss. Implementierungen mussten noch zusätzlich gemacht werden. Wer soll also die Academy-App entwickeln? Eine App entwickelt sich ja nicht mal eben so nebenbei. Und da kam plötzlich einfach Fiverr auf mich zu und fragt, ob wir nicht kollaborieren wollten. Und ich dachte mir, jawohl, so machen wir das. Fiverr ist eine Plattform für Freelancer wirklich aller Art. Man kann dort ziemlich schnell Übersetzer finden, Leute, die einem Thumbnails machen und eben App-Entwickler. Und mittlerweile habe ich alles drei ausprobiert. Die Übersetzung war zwar gut, wurde aber kaum gesehen, weil YouTube dann doch lieber englischsprachige Videos auf der Startseite anbietet. Die Thumbnails waren gut, aber mein Cutter ist einfach noch besser darin. Oder was meint ihr zu diesem Thumbnail hier? Aber die App-Entwickler waren eine unfassbare Bereicherung. Wie ihr sehen könnt, geht das Bestellen ziemlich fix. Viele geben Standardangebote an, aber meist schreibt man davon mit dem Freelancer, wenn man so große und spezielle Anliegen wie ich hat. Anschließend bekommt man ein Angebot und kann dann zusammen daran arbeiten. Hier sei aber nochmal gesagt, dass die Preise schon normale Preise sind und ihr keine spottbilligen Ausbeute-Arbeitskräfte bekommt. Globalisierung, Leute, und das ist auch gut so. Bei uns war es dann so, dass es mehrere Teilzahlungen gab, weil die Entwicklung ja schon eine ganze Weile auch dauerte. Zunächst steht bei einer App aber natürlich ein großes Problem an. Welche Technologie soll verwendet werden? Klar, kann ich einfach den Freelancern überlassen, die müssen es ja am Ende entwickeln. Und trotzdem, ein heutiges Softwareprojekt ist nie fertig und wenn doch, dann habt ihr was falsch gemacht. Das ist in 99% der Fälle einfach so. Würde YouTube nicht mehr weiterentwickelt werden, wäre ich ehrlich gesagt als Creator ziemlich salty, denn es gibt noch einige Features, die hier fehlen. Das große Problem ist also, wenn ich als Auftraggeber einfach nur sage, macht mal, dann kann es passieren, dass ich am Ende alles andere als cleanen Code in einem Framework bekomme, das ich noch nie gesehen habe. Dann bin ich am Ende darauf angewiesen, dass diese Truppe an Entwicklern bis zum Ende aller Zeiten Lust hat, meine App weiterzuentwickeln. Schwierig. Ich möchte also zumindest vertraut damit sein, denn Teil der agilen Entwicklung ist doch auch, dass der Product Owner in die Entwicklung integriert wird. Also, ich. Wir haben uns also dazu entschieden, die mobile App mit Dart und Flutter zu entwickeln. Dart und Flutter kenne ich, damit bin ich vertraut. Die Entwickler kennen und können das auch. Und das größte Plus, es ist ein Cross-Plattform-Framework, welches also auch für iOS verfügbar wird. Klar, da gibt es noch ein paar, aber mit manchen bin ich nicht so fit und mit anderen waren die Entwickler eher nicht so gewohnt. Und doppelt zu entwickeln in Kotlin und in Swift kam nicht in Frage. Das sind zwar die nativen Sprachen, aber das wäre unnötiger Mehraufwand, da die Academy jetzt nicht gerade wahnsinnig viel Special Features haben wird und Leistung fressen soll ohne Ende. Okay, Technologie gewählt. Jetzt war die Frage, sollte auch das Web-Frontend mit Dart und Flutter entwickelt werden? In einem Meeting habe ich das auch mit den Entwicklern besprochen. Wir waren uns aber einig, dass Dart und Flutter für Websites, sagen wir, noch nicht ganz ausgereift ist. Wir haben also zwei Frontends und ein Backend für die Academy entwickelt. Die mobile App und die Webseite, mit denen ihr als Nutzer interagieren könnt und natürlich den Code auf dem Server, der die Schnittstelle für beide bereitstellt. Wo dann am Ende Daten verarbeitet und gespeichert werden. Dieses Video hier konzentriert sich auf die mobile App. Daher nicht wundern, wenn ich nicht auf die anderen beiden eingehe. Die Freelancer waren, by the way, absolut fein damit, nur das Frontend zu entwickeln. Sie haben angeboten, gleich beides zu machen, aber das war in unserem Fall nicht nötig, weil wir das Backend quasi bei uns entwickelt haben. Die nächste große Frage, die sich gestellt hat. Wie übertrage ich die Konzepte, die ich ausgearbeitet habe, auf einen mobilen, sehr viel kleineren Bildschirm? Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, stand der Skilltree für die Academy schon vollständig und ich war und bin eigentlich ziemlich glücklich damit. Aber das große Problem ist ja, das Ding ist sogar für einen Desktop-Screen zu groß. Wie setzt man das jetzt also für eine App um? Wir haben uns also länger Gedanken dazu gemacht. Das Team, das ich beauftragt habe, hat zu meinem oder eigentlich zu unserem Glück auch mindestens eine unfassbar talentierte Designerin, die mit mehreren Ideen zu mir kam. Fun Fact an der Stelle, sie nutzt ein durchsichtiges Papier für einen ersten Entwurf, zeichnet dort, wie sie es sich vorstellt und entwirft darauf dann Mockups, die sie dann mit mir bespricht. Wahnsinnig geil. Ich gebe dann einfach meinen Zenf dazu, habe Einwände oder Ideen, wie man es verbessern kann. Sie überarbeitet die Entwürfe und kommt nochmal mit was Besserem. So hätte euer Skilltree übrigens fast mal wie ein Rad ausgesehen. Da haben wir aber die Unterbäume nicht so toll unterbekommen, weswegen wir uns dagegen entschieden haben. Der Skilltree, so wie er jetzt ist, ist auch im Endeffekt stark durch das mobile Design beeinflusst worden. Davor war der Plan immer, ihn irgendwie ganz anzuzeigen. Die Navigation, die es jetzt gibt, ist aber auch für den Desktop deutlich angenehmer, finde ich persönlich. Denn meine Augen beispielsweise sind einfach zu schlecht geworden, um alles ohne Zoom zu erkennen. Um das also aus einer Software-Development-Perspektive zu zeigen, ich als Product Owner wurde direkt in den Software-Entwicklungsprozess integriert, sodass ich direkt zu allem Feedback geben konnte. So habe ich natürlich dann auch immer direkt, wenn etwas fertig war, eine neue Version der APK bekommen, also der App, die ich bei mir auf dem Handy installieren kann. Ja, auf dem Handy, nicht im Emulator. Zum Testen nutze ich eigentlich fast immer echte Geräte, denn ein Emulator kann einem das Use-and-Feel-Gefühl einfach nicht vermitteln. Eine Sache, die ich gerade bei der App eben deutlich bemerkt habe, kann ich wirklich nur empfehlen. Parallel zu der App und der Website wurden auch die APIs immer weiter fertiggestellt. Wichtig ist aber trotzdem, Testen und Feedback ist die ganze Zeit parallel vonstatten gegangen. Immer wenn mir ein Bug, ein Fehler oder irgendwas aufgefallen ist, habe ich über Slack Feedback gegeben und sie haben es behoben. Das ist aber natürlich auch eine Verantwortung an den Product Owner. Wisst ihr, bisher war immer ich der Entwickler, der Tester, der Techie, der die Plattform eigentlich erschaffen hat. Das war mein erstes Mal in der anderen Rolle und ich muss ehrlich sagen, ich habe so unfassbar viel davon gelernt. Ich werde dazu mehrere Videos machen können. Auf der Grundlage der Website konnte ich einen zielgenauen Anforderungskatalog für die erste Version der App erstellen, die ich von drei Kollegen habe Probe lesen lassen. Als dann tatsächlich nichts davon irgendwelche Missverständnisse aufwerfen konnte, erst dann habe ich dieses Dokument den Entwicklern zugeschickt. Sie hatten dann ein paar Rückfragen, die wir aber in einem Meeting direkt klären konnten. Nur so war eine gute Kollaboration möglich. Apropos Meeting, lasst mich kurz den Entwicklungstechstack erklären. Wir haben Meetings ausschließlich online, beispielsweise über Zoom oder Google Meet durchgeführt. Aber es sollte klar sein, dass durch Text nicht alle Fragen effizient geklärt werden können. Eine kurze Demo, kurz die Entwürfe zeigen, das macht in einem Meeting, wo halt alle anwesend sind, viel mehr Sinn. Aber auch die geschriebene Kommunikation ist nicht wenig wichtig und auch nicht wenig gewesen. Die Freelancer haben für das Projekt einen eigenen Slack-Kanal erstellt. Ich selbst persönlich bin eigentlich kein großer Fan von Slack, aber es ist nun mal der Standard für solche Softwareprojekte. Darin wurde wirklich viel geschrieben. Daten ausgetauscht, Links, Icons, Bilder versendet. Was ich sagen möchte, wenn ihr ein Team aus Freelancern engagiert, sollte klar sein, dass ihr nicht den Auftrag gebt und dann selber weg geht. Und dann ist nicht gut. Ihr seid dann auch in diesem gesamten Projekt involviert. Ja, ihr entwickelt vielleicht nicht, habt weniger Arbeit als sonst, aber ihr müsst trotzdem extrem gut kommunizieren können, damit unmissverständlich klar ist, was ihr braucht. Und vor allem auch, was die Entwickler brauchen. Ihr müsst ehrliches Feedback geben können und ihr braucht durchaus auch eine technische Kompetenz, um zu verstehen, was da eigentlich überhaupt passiert. Auf der anderen Seite, falls ihr erwägt, selbst Freelancer zu werden, solltet ihr genau diese Integration des Product Owners am besten direkt am Anfang ansprechen, im allerersten Meeting. Denn ohne das wird es sehr schwer, überhaupt ein Projekt so auszuführen, dass am Ende alle glücklich sind. Zumindest einige Stunden in der Woche muss man als Product Owner durchaus investieren können. Wer dazu nicht bereit ist, wird kein guter Kunde für euch. Glaubt mir, das gilt by the way auch für einen Pentest. Das Ergebnis der Entwicklung könnt ihr bald selbst bestaunen. Ich bin absolut glücklich, dass die Entwicklung so problemlos lief, beziehungsweise läuft, wie sie eben läuft. Die App ist natürlich so noch nicht ganz fertig, aber wir arbeiten weiterhin zusammen und wie gesagt, starten wir nun in die Closed Beta. Ich fange langsam an, immer mehr Leute zuzulassen in die Beta. Abhängig natürlich davon, wie viele Bugs noch gefixt werden müssen und damit wir die eben nicht doppelt bekommen, ihr versteht. Wenn ich happy bin, dann wird sie veröffentlicht und in den Play beziehungsweise in den App Store veröffentlicht. Aber auch nach dem Release geht es natürlich weiter. Neue Features, neue Bugfixes und vor allem brauchen wir euer Feedback, denn ihr seid am Ende die, die die Plattform nutzen. Das ist agile Entwicklung, denn wir wollen ja eine Software erstellen, die ihr auch nutzen wollt. Nur dadurch kann das funktionieren. Jetzt also, da die erste Version fertig ist, seid ihr gefragt. Ich möchte jetzt euch genauso in den Entwicklungsprozess integrieren, wie ich als Product Owner integriert wurde. Denn ich sehe mich da mehr als Sprachrohr von euch. Klar habe ich Ideen, welche Features wir noch brauchen, aber am Ende wisst ihr das am besten. Wenn ihr also Wünsche habt, wir haben einige Möglichkeiten für Feedback eingebaut und an der Stelle nochmal einen gewaltigen Shoutout an Fiverr. Ohne Fiverr hätte es gar keine mobile App gegeben, zumindest noch nicht. Sowohl finanziell als auch von der DevPower wäre es einfach ohne sie nicht möglich gewesen. Wenn ihr selbst darauf Lust habt, Fiverr mal auszutesten, nutzt gerne den Link in der Beschreibung. Mit dem Code MORPHOUS bekommt ihr 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Und falls ihr kein Softwareprojekt geplant habt, wie schon kurz gesagt, es gibt fast nichts, was ich als Dienstleistung auf Fiverr noch nicht gefunden habe. Obwohl, nach so einer anstrengenden Entwicklung, ich könnte jetzt dringend eine Massage brauchen. Ob es das schon gibt? Was? Wie? Wie?